Herzlich willkommen in der Echtzeit-Supply Chain des Lebensmittelhandels. Stellen wir uns eine Situation vor, wie sie jeden Tag Millionen Mal in Deutschland passiert. Ein Kunde geht in einen Markt und sucht nach einer bestimmten Ware. Wenn er fündig wird, ist er zufrieden, kauft so viel er braucht und die Sache ist für ihn erledigt. In der intelligenten Echtzeit-Supply Chain löst dieser Vorgang eine ganze Reihe von Prozessen aus. Denn damit der gewünschte Artikel für den Kunden verfügbar im Regal liegt, müssen qualitative Informationen sekundenschnell an Verpackungshersteller, Hersteller, Logistiker und den Händler selbst übermittelt werden. Nur dann kann sich der Warenfluss an den Bedürfnissen des Kunden orientieren. Um diesen Datenfluss zu entwickeln und zu testen, haben sich das European EPC Competence Center, EECC, der Verpackungshersteller Mondi, Mars Deutschland, der Logistiker ESM, Metro Cash & Carry, Metro Systems und das FIR an der RWTH Aachen im Projekt Smart NRW zusammengeschlossen. Auf Basis einer Optimierungsanalyse der Supply Chain von Bounty, Mars, Snickers und Twix durch das FIR an der RWTH Aachen haben sie ihre Prozesse für ausgewählte Kartonagen aufeinander abgestimmt. Der Schlüssel zur Datensammlung? RFID-Technologie. Das EECC hat einen Algorithmus entwickelt, der für jedes Produkt und jede Verpackung das richtige RFID-Tag ermittelt und dessen richtige Position auf der Verpackung für eine zuverlässige Sammelerfassung. Bei Mondi werden die RFID-Tags während der Herstellung der Kartonagen integriert. Wenn die Verpackungen die Produktion verlassen, werden sie zum ersten Mal erfasst. Die Partner wissen über die ePCIS-basierte Plattform sofort, wo sich die Verpackungen befinden. Vor und nach dem Befüllen mit Schokoriegeln werden sie bei Mars erneut registriert und vom Logistikpartner ESM abgeholt, gelagert und kommissioniert. Auch dort und beim Wareneingang in den Pilotmärkten von Metro Cash & Carry senden die RFID-Lesepunkte Informationen ans System. Im Handel wird die Ware für den Kunden dort platziert, wo sie sich am besten verkauft. Durch weitere Lesepunkte im Markt können die Verkaufszahlen einzelner Artikel an Regal- oder Einzelplatzierungen analysiert werden. Oder es lässt sich schnell herausfinden, ob im Regal fehlende Produkte noch im Lager des Händlers vorrätig sind. Die Erfassung verkaufsmengengen genauer Daten verrät zudem den Standort der einzelnen Artikel. Und die Änderung der Signalwege könnte in Zukunft sogar etwas über den Zustand der Ware aussagen. Rückrufaktionen können so artikelgenau ausgesteuert werden. Für den Kunden jedoch bleibt alles beim Alten, wenn er mit seiner gewünschten Ware den Markt verlässt. Das RFID-Tag kann vom Kunden deaktiviert werden. Die anonymisierten Artikelinformationen, die es in der Supply Chain hinterlassen hat, bleiben für die Analyse und die Verbesserung der Abläufe erhalten. Dafür sorgt bei Smart NRW Mitro Systems, die sämtliche Daten während des Warenflusses sammelt, die vom FIR definierten echtzeitnahen Bestands- und Planungsinformationen umsetzt und über eine EPCIS-basierte Plattform für alle Partner verfügbar macht. So schafft Smart NRW eine neue Quantität an Informationen in einer ganz neuen Qualität. Das spart Zeit, Geld und Lagerkapazitäten. Smart NRW – Herzlich Willkommen in der Echtzeit-Supply Chain des Lebensmittelhandels.